Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Trek. Und ich bin jetzt gerade hier... Ach du Scheiße! Wieder gespawnt. Und das mit dem Schild wusste ich noch nicht. Das ist mir neu. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen musste. Ich musste zu Tumar. Da geht eine... Ich glaube nicht, dass ich da durchkomme. Einfach so. Doch, ich kann das hacken. Aber doch, Spock mal. Da ist eine Kamera. Der geht da hinten hin. Die kann ich nicht durch. Da könnte ich durch. Da ist eine Kiste. Mit einer Waffe. Pillager. Nee. Bleiben wir bei der Revenger. Okay. Durch den Kreis von der Kamera. Ah, die Musik wird lauter. Verdammt. So, machen wir erstmal die Kamera. Aus. Huch. Ach du Scheiße, die kommen da durch. Spock, du bist sehr mutig, dass du da einfach so durchgehst. Mindmelt. Hackgranate. Hackgranate? Hackgranate. Hackgranate? Scheint nicht zu funktionieren. Das Ding da erstmal hacken. So, beide müssen ankommen. Ja, geil. So, und das hier auch noch. So, sehr gut. Okay. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich hin? Da hoch. Dann wäre es natürlich blöd, wenn wir uns hier einsperren. Jetzt sollte die Kamera ja uns nicht mehr. Was ist das denn? Neue Waffe? Pillager. Ah, die schau schon mal. Und der hier rum? Das selbe, das funktioniert also nicht. Das ist echt geil. Habe ich keine Hackgranate oder... Ich habe bisher noch nie eine Hackgranate besessen, oder? Versuchen wir es doch mal mit einer Granate, sobald er sich da dran stellt. Das war's. Damit... Gut, weiter. Voran. Da hinten ist ein Torrid. Das ist natürlich nicht gut. Ah! Au! Kommt das Ding denn her? Uh, was ist denn da? Kann ich den benutzen, den Stab? Ah, ne, das ist eine Waffe. Rayla. Ach, die macht diese... ...eigenen Turils. Das ist natürlich geil. Also, diese fliegenden Viecher. Dann mache ich mir direkt mal ein paar. Jetzt nehme ich die wieder die Revenger. Okay, die bringen... ...gar nichts. So ziemlich gar nichts bringen die. Aua. Jetzt kloten. Okay, die gehen hier durch, aber ich kriege die Tür nicht offen. Das ist natürlich, äh... Wurscht. Die kriege ich immer offen. Jetzt geht da wieder los. Perfekt. Nein. Nein. Ja. So. So. Na, komm. So. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier runter... ...springe? Runterspringen. Kann ich mich hier durchstelfen? Ich glaube hier mal kaum, dass ich hier sehr weit komme. Überhaupt irgendwo hinkomme. Ist das nützlich, dass ich hier hinlaufe? Ich weiß nicht. Mal gucken. Die muss ich wieder immer gefährlicher. Nein. Hier war ich schon. Super, dass du nicht mal runtergefallen bist. Okay, also ich muss aufpassen, dass ich Luftscheche benutze. Da kann ich schön Abkürzungen nehmen. Ohne viel zu kämpfen. Sehr gut. So. Aber ich muss jetzt da weiter. Wo sind hier Truppen? Hier sind auch ein Stück junge Truppen. Da gibt's Muni. Das ist ne Kiste. Da gibt's Heil. Munition kann ich auch mal gebrauchen. Das war Granate. Warum nicht? Okay, scheint nicht zu sein. Override Turret. Drei muss ich treffen. Okay. Was ist das denn für ein Bonsenturret? Die nur noch nichts gemacht hat, das... Falls ich den versau, den einen. Sehr gut, dann haben wir das schon mal geledigt. Activate. Wie zum Teufel komme ich denn da hin? Okay. Hahaha. Idiot. Das war wohl nix. Hätten wir gern so gehabt. Aber das war nix. Es scheint, dass sie mit den indigenösen Kreaturen experimentieren. Was? Ich glaube nicht, dass einer von uns wissen will. Ich würde es nicht wissen, richtig. Da wirst du... Recht, mein lieber Spock. Was macht die denn da? Man sieht nix. Schade, schade, schade. Huh. Spock. I need your help, sir. Doch nicht. Jetzt sieht das wieder los. So, ähm, so, 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 so. Overall, successful. Kein Problem, das sieht aus, als wären wir hier gerade schon gewesen. Was, die haben uns gesehen? Nee. Heckgranate. Will der nicht. Darf ich von hier? Ah, jetzt renn noch nicht weg. Das ist blöd. Au. Oh. 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 Zitzen jetzt Ah. Hau ab. Mein Gott. Leg, 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 leg. Oh. Lass mal Granate. Lass mal Granate. Lass mal Granate. Lass mal Granate. Jetzt ist der Leck vorbei. Was soll das denn gerade? Man lief doch bis gerade sehr flüssig. Ah. Ich hab ich mir diese komischen... Hack. Okay. ab ort hatte wir für mein leben gezogen wenn ich abbreche das bock macht das mal Okay, hier komme ich nicht weiter. Das ist richtig blöd. Und das war es, meine Damen und Herren. Das war es mit diesem Kochen. Weil irgendwo ist hier noch einer, der schießt, oder? War das nicht so? Was habe ich denn jetzt gesehen? An die Kamera da oben. Danke schön. Search the cells. Ach so, ich muss in die einzelnen Zellen rein, um zu gucken, ob da was drin ist. Oder war ich doch gut. Ich gehe da nicht nochmal rein. Ich war ja gerade so viel. Grips müsste das Spiel schon haben, finde ich. Ich meine, es ist blöd im Allgemeinen, das Spiel, aber so ein bisschen Grips wird auch schon in Ordnung. Okay, könnte ich scannen. Vielleicht, was ihm passiert ist? Nein. Blödsinn, warum soll ich den heilen? Naja. Jetzt dadurch, war klar. Rescue Tamar. Wo ist denn Tamar? Da. Das war es zum Scannen. Das passt. Das passt nicht. Das passt. Das passt. Und das passt. So, was haben wir hier? Ach so ein... Rescue Room. Ein Marauder. Ach, äh... Ne, Marauder sind diese Streu-Waffen... ...so shotgun-ähnlich. Das passt nicht. Ja, das passt nicht. Es gibt noch eine Chance. Ich kann trotzdem aus Ihrer Leben rauskommen. Ich bin zu wertvoll, nicht zu sein. Ich muss nur diese Künstler zu überzeugen. Kapitän, ich brauche deine Unterstützung in dieser Konsole. Wir werden, dass wir uns auf eine full-skalige Invasion haben können. Wenn ich nur noch mehr patient bin, mit Samar's Test, dann... Was? Was machst du? Nein, ich kann dir helfen! Nein, ich weiß nicht! Das funktioniert, Spock. Ich kann das nicht auf meinem eigenen. okay jetzt mal schutz aktivieren ich muss da hinten über ich komme dort der news deshalb etwas zum werfen noch ja wo bleibst du stehen wo bleibst du das überhaupt stehen das aber sehr komisch geworfen dankeschön und rennt zu den da unten schon rum war schon besser da liegen waffen rum ich dachte ich könnte wieder skinnen tür zu arg driver hat dass die komische waffen wirklich nicht was wir genate wollte ich haben ist noch eine schießt du den netz ab ist noch nichts mehr irgendwo hier was zum scannen da einen raum set komplett security camera view der tür wegen sollte damit man ist doch dankeschön munition und leben obwohl ich leben nicht so brauche munition war jetzt ganz gut okay die kamera ist noch voll mit strom das heißt stecken abklagen oder ausschalten abklagen oder ausschalten ich versuche es mal mit ausschalten nein ich komme natürlich nicht dadurch dann abklagen ob jetzt nicht anders geht jetzt nehme ich hier noch ein bisschen um abklagen abklagen set komplett wo wir ganz viel hier gelgung mal nochmal hier habe ich noch irgendwas interessanten kann das ist sehr teuer dass wir bestimmt auch irgendwie okay warum auch doch schon ein bisschen was aus sound suppressor wollte man okay wo sich hin auch ja durch die tür die spot aufgemacht hat hallo hier oben sind aber noch kisten Rea Euro Euro die Na gut Hallo Komodo und Daniels Was ist los mit dem Video? Wo ist Tamar? Es gibt keine Hoffnung, sie zu schützen. Wo ist sie? Sie werden ihr, was sie für uns getan haben. Da ist sie drin. Oh Mensch, die Tür geht da auf. Ich bin immer so frei. Und dann könnte ich die Tür von ihr drin zumachen. Nein, kann ich nicht. Schade. Activate. Activate. Ein langer Tunnel. Hm. Sound Suppressor. Ähm. Ich hoffe, sie ist tot. Das wäre ein bisschen blöd für die Mission. Gone Planet. Complex Laboratories. Laboratories. Mein Gott. Ja, und das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, am Dienstag. Mal gucken, wie weit das hier noch geht. Ob wir Tamar finden, wer weiß es. Ihr wisst es auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Musik